22. Juni 2018 14.27 Isabel Kerowski kehrt nach Leverkusen zurück Fußball-Nationalspielerin Isabel Kerowski wechselt innerhalb der Bundesliga vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg zu Bayer Leverkusen. Das verkündete der Aufsteiger am Freitag. Die 30-Jährige spielte bereits von 2012 bis 2014 in Leverkusen und wechselte dann nach Wolfsburg. Zur Vertragsdauer machte der Club keine Angaben.